Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie und vor allem auch, wann man seine Orchideen am besten gießen sollte. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst benötigen wir mal einen Behälter hier mit lauwarmen, weichem Wasser, der am besten vielleicht sogar mit Regenwasser gut gefüllt ist. Als nächstes nehme ich meine Orchidee aus der Vase raus, dass nur noch dieser Untertopf hier dran ist und dann tauche ich das Ganze mal so weit ein, dass fast der ganze Topf unter Wasser ist und dadurch saugt sich jetzt nämlich das Granulat auch schon voll. Die Experten sagen übrigens, dass hier 10 Sekunden normalerweise vollkommen ausreichen und dann das Granulat mit Wasser gut vollgesaugt sein sollte. So wie es bei mir jetzt auch schon reichen sollte. Jetzt ist wichtig, dass ich nicht den Fehler mache und meinen Topf sofort wieder in die Vase zurückgebe, sondern dass ich das abtropfende Wasser auch wirklich schön in meinem Behälter wieder abtropfen lasse. Denn sonst würde sich das Wasser hier am Boden unten anstauen und das mögen Orchideen auf gar keinen Fall. Bei mir wäre es jetzt aber nicht ganz so schlimm, da meine Vase hier eine spezielle Orchideenvase und hier nochmal so einen kleinen Überrand hier innen drin hat. Somit würde der Topf nicht direkt am Vasenboden unten aufsitzen und die Staunässe kann nochmal hier in diesen kleinen Bereichen meiner Vase unten drin schön gesammelt werden und schadet der Orchidee somit nicht. Ich habe meine Orchidee jetzt trotzdem etwas abtropfen lassen und nun kann diese auch schon zurück in meine Vase. Und wichtig ist noch zu sagen, dass du das Wasser hier jetzt natürlich auch für andere Pflanzen noch zum Gießen verwenden kannst, aber deine Orchidee darf auf gar keinen Fall irgendwelche Krankheiten haben, da es natürlich die Krankheiten auf andere Pflanzen übertragen werden kann. Und somit haben wir unsere Orchidee hier jetzt auch schon richtig gegossen, was man einfach so jede Woche ungefähr einmal machen sollte. Wenn du dir jetzt übrigens Zubehör für deine Orchideen, egal ob es so eine Vase hier, ein neues Granulat oder auch so ein spezieller Orchideendünger ist, zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Marken erstellen zum relativ günstigen Preis und das Beste war, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäftshilfe fahren. Wenn du dir RS1 Fliesen und Dersilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unter dem Video auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.